Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Die Justiz ordnete eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten gegen den Angreifer eines erstochenen Hundes an. Darüber hinaus muss Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, der Angreifer des Mobshundes Dachi, 5000 Soles als zivilrechtliche Entschädigung zahlen. Das dritte vorläufige Untersuchungsgericht der Justiz von La Victoria und San Luis verurteilte Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui, den Angreifer des Mobshundes Dachi, zu einem Jahr und sechs Monaten effektiver Gefängnisstrafe wegen des Verbrechens der Grausamkeit gegenüber Haus- und Heimbewohnern. Wilde Tiere. Ebenso muss er 5000 Soles als zivilrechtliche Wiedergutmachung zahlen. Der oben genannte Angeklagte wird als Urheber des Eigentumsverbrechens in Form von Aussetzung und Grausamkeit gegenüber Haus- und Wildtieren zu Lasten von Monika Luz Tupac Yupanqui Munayko verurteilt und zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten mit wirksamer Strafe verurteilt Natur, das gleiche wie die Ermäßigung der Gefängnisstrafe, die er seit dem 27. August 2023 erleidet, wird am 26. Februar 2025 auslaufen, sagte Richterin Gisela Jiménez-Schickler. Es wird eine zivilrechtliche Wiedergutmachung in Höhe von 5000 Soles festgesetzt, die der Verurteilte während der Dauer seiner Strafe zugunsten des Geschädigten zahlen wird. Ihm wird außerdem die endgültige Unfähigkeit zum Besitz von Hunden unter Verwarnung auferlegt. Im Falle der Nicht-Einhaltung wird er wegen Ungehorsams und Widerstands gegen die Autorität strafrechtlich angezeigt, fügte er hinzu. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.